Kaufstar präsentiert den Max Cuisine Meisteröffner 6 in 1. Jetzt benötigen Sie nur noch ein Gerät für fast alle Anwendungen in der Küche. Den Meisteröffner 6 in 1 von Kaufstar. Und los geht's! So öffnet man heute Dosen. Einfach, sicher und ohne Verletzungsgefahr. Ohne scharfe Kanten und natürlich ohne Metallspäne. Flaschen mit Schraubverschlüssen. Kein Problem für den Meisteröffner 6 in 1. Natürlich hat der Meisteröffner auch einen speziellen Öffner für Ringverschlüsse. Und Schraubverschlüsse? Mit dem speziellen Randheber sicher und einfach. Natürlich hat der Meisteröffner auch einen Flaschenöffner. Und nicht zuletzt einen Hebel für Metalldeckel. 6 Funktionen in einem Gerät. Und durch die klappbare Kurbel auch absolut platzsparend. Also nochmals, 6 Funktionen in einem Gerät. Dosenöffner mit praktischer Kurbel. Schraubverschlusshilfe für Getränkeflaschen. Hebel für Metalldeckel. Öffner für Ringverschlüsse. Randheber für Schraubverschlüsse. Und Flaschenöffner für Kronkorken. Max Cuisine Meisteröffner 6 in 1. Der darf auch bei Ihnen nicht fehlen. Hier erhältlich.